Niko Power Ja Gott Ja mach mit Switchgirl Ja ich hab den Namen gleich lesen können Ok wir starten 8 Minuten sollen wir schaffen mit einem Level 31 Level 27 Level 80 Ich bin der schlechteste Muss ich hier in der Ecke verkriechen Ja der schlechteste bleibt immer hinten und warte bis da Lässt du den Weg reinmacht oder Naja wäre nützlich für den schlechtesten Ist ja eigentlich auch schlecht Wenn der schlechteste mit einem Schlag Obwohl der Tieflevelste Muss ja nicht unbedingt das Schlechteste sein Es kann ja auch sein dass der Also der mit dem höchsten Level keine Rüstung hat Und trotzdem Ja Auch sein Irgendwie leckt es leicht Das kommt mir so vor die ganze Zeit Als hätte ich Lex Komm jetzt zu mir und sterbe bei mir Ach wir müssen es dann sowieso nochmal machen Dann kann ich auch dann gleich Dann einen Titel holen den ich In den Lost Szenen geholt habe In anderen Lost Ja Wie langweilt das doch wenn die Gegner nicht ganz enthalten Und ja und ja Tritt müsste mir ja einer helfen Weil ich bin der schlechteste Wie sollte man dem schlechtesten helfen? Komm Komm ich hab keine Zeit Danke Ja Aber hört ihr vielleicht Ein Unterschied zwischen meinen anderen Aufnahmen Und jetzt weil ich hab Neues Mikrofon Ob ihr findet dass ich jetzt besser anhört Ich finde persönlich schon Weil theoretisch fand ich es nicht schlecht anhören Weil früher war es ja immer das Wenn ich die Aufnahme starte habe ich noch so ein kurz so ein Außen Ja Komm ich will es aufmachen Ich bin fertig Mach einfach die Tür aufwenden Oder rona Dann habe ich eben was Ja komm ich wünsche euch jetzt nochmal Ähm schönes Gesundes Schönes neues Ja Und ich hoffe dass Für euch alles in Ordnung kommt Und ja Und dass Ihr vielleicht mein Let's play Ein bisschen verbreitet Dass Noch mehr Aufrufe habe Noch mehr Abonnentenfliege Wäre nett Sehr nett Sehr nett Und mir am besten nochmal Ein zweites Mal abonniert Mir 10.000 Likes gibt Ja wäre recht nett Bin mir schon ein bisschen drüber freuen oder Ja Und dann sagen wir das Soweit geschafft habe Alles nur dank euch Nochmal danke Und irgendwann werden wir es auch noch schaffen Äh Keine Ahnung berühmt zu werden Komm schon wir haben jetzt tausend Tränke gleichzeitig geschluckt Wir werden nicht doch jetzt besiegen können Ich bin riesig Ich bin jetzt riesig schnell und Mana haben Mana habe ich schon Ach ich freue mich schon wenn ich weit genug bin Und mein Phantomschwert habe Ich finde das eins der besten Sachen an Ähm Korne Ritter Weil ich finde der Skill der haut einfach rein Und ich sollte vielleicht mal meine Tasten Und ich sollte vielleicht mal meine Tasten Sondern eher die Skills anders machen Weil irgendwie bin ich gerade leicht irritiert Weil ich die ganze Zeit nicht treten will Aber jetzt geht's gut Und jetzt geht's ja Ich bin teilweise mit mir selber ich weiß Ich brauche jetzt Heilung Ich brauche Heilung Heil mich Also wenn du mir zu nahe kommst Ich bin wirklich Ich bin's Ich brauche Geil können anscheinend wollen die schlagen mir damit aha du schaffst es nicht eine sache in 15 minuten zu erledigen das werden wir noch sehen ich nehme die herausforderung an was den ich meine aufgabe von langsam passen naja dafür habe ich nicht solche 10.000 gigabyte dateien sondern nur bei mir sind ja dann immer wie viel vielleicht megabyte groß ist keine riesigen dateien muss ich sagen es ist gut weil normalerweise sind die aufgenommenen dateien normal weil sie ja groß nicht wahr ich habe mir damit nicht aus und selbst und wenn ihr eins habt bitte schreibt mir jetzt in die kommentare ich habe schon ja mann gesagt aber bitte euch zu liebe wir stehen jetzt der rena eigentlich nichts mehr nach wir können auftreten das hatten wütender berserker kommt schon wir treten jetzt auch mal ich habe kein teil nämlich war heim und heim ich heiße sehr fast wenn sie auch wir haben ein mit kaum konzentrieren ich habe ich schaden gekriegt jetzt wollte aber möchte nicht wissen was ich als ganze stelle wenn der wälder rumbrüllt mit der andere ist elektrisieren das war ich elektrisieren muss ich sagen heute noch nicht stacheldecker möchte nicht wissen was die stacheldecker ist nach den doppeldecker jetzt weil es ist ein stacheldecker gab es da kann ja ich habe heiligen rohbe der Mütter halten nur steigendet wird meinten er ist auch noch ein level aufgestiegen in zweiter bestand und besser als beiden die Nachricht die in der Sonne nun oder in dieser aber ist kratzen kann halt dann sind wir lassen verlassen und jetzt machen die leber ich bin nicht platz es waren die leber ich habe aber kein platz mit den linken großartig bock mir ich kann nicht dir beibringen klein aber mein geschmack an dich ist vielleicht ist in zukunft zu sie dich führen wird hatte uns jetzt nicht gemacht kein geschenk was mir für den moment kommen wir machen eine runde pvp kommen wir machen eine runde pvp funktioniert und es geht los das lehrt die r es ist ein bisschen nur r r r zwei Jahre die sich r in der mich hat das Gefühl dass wir gegen abliegen oder mit einer anderen kämpfen weiß nicht wieso aber ich habe das gefühl ich frage mich wieso ich das gefühl habe hat gerade die gedanken sie mit der china ist ja leider wie sie gar nicht und ich kann nicht mehr lang kaum reden mit wahrscheinlich kommen wir gleich raus weil einer der gemächten leute im team kampf hier nicht ganz ihr internet schaffen zu laufen zu bringen da ist es halt immer in dieser jugend kein bisschen internetverbindung immer letztlich so richtig wieso hört ihr euch auf so einem müll an es wundert mich noch mehr eine steht im schritt hängen geblieben ich habe trotzdem immer noch viele kämpfen mit oder gegen eine aisha ich weiß nicht wieso ich habe das gefühl aber kommt schon laut 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 aufnahme ist bald zu ende schon fünf minuten ich sage es noch mal wenn ihr ein aufnahmeprogramm habt schreibt schon in die kommentare geil wir dürfen gegen black ritter einen rang zehn kämpfen welches level haben wir noch mal 23 27 wir dürfen nicht verlieren ich nehme das let's play auf aber irgendwie bin ich schon am verlieren ok dann nehme ich dich auch so kann ich nicht konzentriere mich gerade nicht mehr kann sein dass mein maus karten auf einmal nicht mehr gewehrt oder abgewählt hat mein anruf hat einfach nicht gesagt habe ich den nicht gerade getreten ernstes gesicht und jetzt verlieren wir ernst und hoffen trotzdem dass wir ein level ab kriegen gut er ist runtergefallen und der andere ist auch runtergefallen fenozentig fern kommt mal wir können gewinn wir können gewinnen wir können gewinnen wir werden gewinnen wir können gewinnen wir werden dermibsten gewinnt Historisk ich wäre so nah gekommen bin ich da auch zu nahe gekommen tut mir leid auch wollte ich gar nicht ich bin nur dritter noch dritter war nicht gut wer hat jetzt so ein schuss und trotzdem hat er alles überlebt ich würde an seiner an meiner stelle würde ich jetzt jetzt mal rennen ich renne einfach mal rette mich typi wenn ich glaube ich das ding da hat das oder uns das geht auch ich habe keine abwehr mehr gut ich bin noch in ordnung ich bin noch in ordnung ich habe noch leben ich liebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich bin noch nicht nur nicht gut so ich hab mir nacht muss dann durch gerade wie mir kloppt da auf meinen machten muss sein ich habe ja nur macht muss völlig eine ich kann nicht bringen ich kann ich bringe ich kann ich bringe ich kann ich bringe scheiße scheiße gut ich habe verloren tut mir leid ich bin schuld zu mir leid ich bin schuldig 202 20 irgendwas keine ahnung was er sagen will wahrscheinlich mache jetzt noch ein pvp und werden ein bisschen mehr hat verdammten verdammt f plus gewirkt ein f plus von mir ich kann mir damit sagen wollte sagen wir nicht dass was eingefallen pvp1234 auch der kann pvp welcher haben wir noch mal 27 irgendwas kann ich in pvp auch manchmal muss ich sagen aber auch nur manchmal ich bin versteinert gut ich bin noch in ordnung ich bin in ordnung sturm im rücken kann man schwer den kopf kriegt nicht so schlimm ich lebe noch ich lebe noch ich bin in ordnung ich bin nur eingefroren und eingefroren ich bin in ordnung ich lebe noch ich lebe noch ja ich lebe noch warum ich lebe echt noch ich bin weg dann wollen sie noch mal mal normal wenn man diese gegner lassen mich nie gewinnt nie gewinnt es ist so so dann haben wir auch noch gegen einen tieran so wisst ihr finde ich halt jetzt kämpfen wir am besten so gegen einen npc ist es will mein herz nicht mitmachen auch wenn wir treten du kriegst ein tritt von mir zurück ich trete dich auch gleich wir sehen ich habe eine menge mana abgetun und ich wollte treten ja ich habe gerade fast getreten sie hat angefangen und ja das war finden die nummer 9 und trotzdem ist jetzt ja hat ein tritt abgetreten kommen müssen und was dann nehme ich das halt wie ich wenn hier jetzt ging so jemand und schon wieder treffe ich nicht mein dritt was ist nur los ich weiß ich zöger das gerade raus weil ich mein tritt einsetzen will go tritt wo ist mein tritt ha selber schluss ich hab dich auch getreten jetzt ist mir die segensmedaille abgelaufen hier nutzt aber abgelaufen ist abgelaufen segensmedaille level up aber trotzdem noch gut da ja hier ein fehler bitte melden sie sich neu an und wir können auch schon unseren todesstoß anwählen und genau so sehen meine skills bei meinem hauptcharakter passt aus nur dass ich den schwertsichtel nicht habe und dafür ein phantomschwert und dass ich keinen stumschlag habe und ein marschrum ja so bin ich schon also dann ich hoffe euch hat die aufnahme entfallen jetzt wieder normal ich hoffe euch hat die aufnahmesession gefallen ihr schaut die nächsten mal wieder zu ihr habt in die kommentare geschrieben was ich euch darum gebeten habe und ihr gebt vielleicht auch ein like wenn euch die folgen gefallen haben ihr müsst nicht ihr könnt mich auch disliken wenn ihr wenn es euch nicht gefallen hat dann bis zur nächsten aufnahme ciao ciao